Oliver Janich ist frei und ich freue mich sehr, dass ich deswegen veranlasst bin, dieses Video aufzunehmen. Namaste und Namaskar. Ja, ich habe gerade eben erfahren, dass Oliver Janich aus der Haft entlassen worden ist und das freut mich ganz besonders deswegen, weil die Vorstellung, auf den Philippinen im Gefängnis zu sitzen und zu Hause eine hochschwangene Frau zu haben, wirklich etwas ist, das man sich gar nicht vorstellen möchte. Und ich freue mich sehr für ihn, dass er diese Zeit jetzt erst einmal hinter sich hat. Warum ich aber dieses Video aufnehme, könntest du dir vermutlich schon denken, denn es ist nicht lange her, da ich meine magische Initiative Oliver Janich ist frei gestartet habe. Und ich möchte deswegen im Nachgang mit dir über diese Initiative sprechen. Ich möchte mit dir auch über die Nebenwirkungen dieser gelungenen Initiative sprechen, wenn es denn die Initiative war, die hier sozusagen die Energien zur Verfügung gestellt hat, die gebraucht worden sind, um diese Entwicklung möglich zu machen. Also lass uns einfach einsteigen und einfach mal anschauen, was ich hier zu sagen habe. Ja, zum einen vielen Dank für die Kommentare, die ich habe lesen können. Und als ich eben, wie gesagt, zurückkam, war mein erster Blick bei Telegram auf diese Meldung, die mir von mehreren weitergeleitet worden ist. Und dann natürlich als zweiter Blick hier bei dem Magie-Kanal auf die Kommentare, ob es denn andere auch schon gesehen haben. Ja, und viele haben es gesehen. Und viele bringen natürlich auch die Initiative, die magische Initiative im Zusammenhang mit dem, was jetzt dort geschehen ist, mit der Freilassung von Oliver. Für diejenigen, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, guck dir vielleicht mal das vorangegangene Video an, als ich die Initiative hier auf dem Kanal vorgestellt habe. Jetzt aber möchte ich mit dir noch ein bisschen die Details besprechen und dich auch auf etwas aufmerksam machen, was mir sofort aufgefallen ist, was du möglicherweise aber übersehen hast. Also lass uns einfach einsteigen. Ich habe letzte Woche einen sehr deutlichen Impuls gehabt, diesbezüglich aktiv werden zu wollen oder zu müssen. Ich habe mich, wie man das so nennt, berufen gefühlt etwas zu tun. Das war am Dienstag auf Mittwoch in der Nacht. Am Mittwoch habe ich dann eine Sigille angefertigt und habe diese Sigille dann ein wenig später geteilt. Und die zeige ich dir jetzt nochmal, falls du diese Sigille noch nicht gesehen hast. Das ist die Sigille, wie ich sie angefertigt habe, beziehungsweise wie ich sie später geteilt habe. Ich habe sie dann teilweise auch in einer weißen Version, also auf einem weißen Papier geteilt, damit man das besser ausdrucken kann, wenn man das möchte. Und das Interessante bei dieser Initiative ist die Überschrift. Oliver Janich ist frei. Ich werde bei Gelegenheit hier auf dem Kanal über Willenssätze noch sprechen. Das habe ich ja auch gerade schon im letzten Video erwähnt. Hier gibt es eine Menge zu besprechen und hier gibt es extrem viele Missverständnisse, auch unter Magiern, nach meiner Einschätzung. Ich werde dir also mitteilen, wie ich die Dinge sehe. Und jetzt habe ich heute die Meldung gesehen, die Pressemeldung. Jetzt zeige ich dir mal die Pressemeldung, die ich heute geschickt bekommen habe über Telegram. Oliver Janich ist frei und vielleicht fällt dir auf, dass es wirklich exakt eins zu eins unserer Sigille entspricht. Hier hätte auch stehen können, Oliver Janich aus Gefängnis entlassen. Oder Oliver Janich wieder zu Hause. Oder Oliver Janich wieder bei seiner Frau. Oder was auch immer. Für mich ist das eine ganz deutliche Botschaft. Und ich weiß, auf welche Art und Weise sich bestimmte Dinge mitteilen. Häufig mit einem Augenzwinkern und zum Teil in einer wirklich für denjenigen, der wahrnehmen kann, in einer deutlichen Aussage und deutlichen Qualität. Ich jedenfalls verstehe diesen Hinweis genauso. Ja, ich habe vorüber Nebenwirkungen gesprochen, die so etwas haben kann. Damit Magie wirken kann, müssen verschiedene Dinge zusammenkommen. Es braucht zum einen die Energie. Und diese Sigille ist ja von mir so angelegt worden, dass sie ihre Energie dadurch bezieht, dass sie geteilt wird. Das ist möglich und wird auch bei Sigillen hier und da getan. Wobei in der Mehrzahl der Fälle werden Sigille dadurch aktiviert, dass sie vernichtet werden, dass sie verbrannt werden. Ich habe diese Sigille am Mittwochnacht, ich denke so zwischen 9 und 10 Uhr, also zwischen 21 und 22 Uhr aktiviert, habe sie vorbereitet. Und habe sie dennoch auf eine zusätzliche Art und Weise noch dadurch angelegt in ihrer energetischen Kraft, dass sie eben durch das Teilen ihre Energie bezieht. Und wir haben diese Sigille erfolgreich geteilt. Sie ist sicherlich deutlich mehr als 20.000 Mal angesehen worden. Und heute habe ich sie noch einmal geteilt auf dem Tagesenergiekanal, nicht wissend, dass sie ihre Aufgabe sozusagen schon erfüllt hat. Und von daher ist jeder, der diese Sigille gesehen hat, ein Stück weit mit eingebunden in die Aktivierung eben dieser energetischen Kraft, auf die man könnte es vielleicht so ausdrücken, durch das morphogenetische Feld, eben auch zusätzlich Wirkung bezieht. Ich verwende diese Begriffe nicht so gern, weil sie dadurch sich sehr stark an ein spezifisches Modell klammern, das durchaus auch natürlich zu hinterfragen ist und nicht die Wirklichkeit abbildet. Das heißt, es muss mehreres zusammenkommen. Einmal die Aktivierung der Sigille, in diesem Fall zum einen durch meine Vorarbeit, aber zum anderen eben auch durch das Teilen der Sigille. Und es muss in Resonanz geraten. Und diese Resonanz muss auch mit dem, was ich die Zeitqualität nenne, in einem Verhältnis stehen, das eben die Materialisierung oder die Manifestierung dieser dahinterliegenden energetischen Idee ermöglicht. Mit anderen Worten, es kommt auch auf die Zeitqualität an. Es kommt auch auf das richtige Momentum an. Und deswegen achtet man eben auch im Zusammenhang mit der Energie, zum Beispiel auf den Mond und auf die Mondstände, aber auch vielleicht auf astrologische Umstände oder, oder, oder. Ich habe meine eigenen Methoden, mit denen ich dort arbeite, die ich nach und nach hier teilweise auch vorstellen werde. Und für mich war, und das habe ich ja auch in meinem vorletzten Video so ein bisschen indirekt zum Ausdruck gebracht, oder in meinem letzten Video, dieser Impuls zu diesem Zeitpunkt ganz wichtig. Weil es einen Moment gab, in dem das möglich war. An eben jenem besagten Mittwoch. Der Mittwoch übrigens ein Tag, der ideal geeignet ist für bestimmte Aktivitäten, die in diesem Fall eben genau auch jene Kraft bereitgestellt haben, die für dieses Unterfangen so wichtig war. Jetzt aber zur Nebenwirkung. Erwarte nicht, dass deine magischen Aktivitäten in jedem Fall so schnell eine Wirkung erzielen, oder dass so eine Wirkung so schnell sichtbar wird, in dem, was du magisch tust. Oder werde im Umkehrschluss nicht ungeduldig, oder werde möglicherweise sogar unsicher, indem du sagst, ach, jetzt habe ich das doch schon vor zwei Tagen gemacht, und ich habe immer noch nicht das, was ich mir eigentlich erwünscht habe. Die Geschwindigkeit, mit der Dinge geschehen, ich habe es eben schon versucht in Worte zu fassen, richtet sich nach vielen unterschiedlichen Faktoren. Und einige davon kannst du als Magier beeinflussen, andere jedoch nicht. Du musst also sehen, dass du diese energetische Welle reitest, in dem Moment, wo sie bereit ist, so wie der Surfer auf die richtige Welle wartet, um dich dann auf sein Brett zu stellen, um auf dieser Welle reiten zu können. Und genauso ist es auch im Zusammenhang mit der Magie. Von daher, lass uns geduldig bleiben und lass uns freuen, wenn tatsächlich unser energetischer Impuls hier für uns so eine deutliche Sichtbarkeit erlangt hat. Und vor allen Dingen, wenn du möglicherweise sogar hier Zeuge geworden bist von einer magischen Arbeit, in der du mit involviert warst. In diesem Sinne hoffe ich, dass du dich auch darüber freust. Ich freue mich über deine Rückmeldung. Alles Liebe. Namaste und Namaskar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.